Hallo Leute, es ist in der neuen Folge Fortnite. Heute landen wir nur Sweaty Sand und go! So, in Sweaty Sand hier oben. Ich lande bei der Eisdieder. So. Ähm. Schon wieder in die Kiste, also Schnapper und was? V-Sage, die ich zuerst finde? Oh. Ist sogar eine D-MDR-Kiste, glaube ich. Ein normaler. Und noch nicht, ich denke, ja ich glaube oben. Oder ich so eine blaue Kappe. So. Ab vorne wird schon wieder... Ich glaube mal... Goldene Waffe oder so. Da vorne wird wieder gefeitet. Seit dem Pfeil drinnen, markiert mal wenn. Ah, okay. Schau mal die Karte. So. Äh, lädt der noch? Ja. Der Sven, die hat er mich getroffen. Armin, das schaffst du. Okay. Und... Neue Runde, neues Glück. Also... Probieren wir uns mal... Ich lande wieder auf der Eis. Na, bau ich mir mal gleich runter hier. Geh jetzt nicht wo rum. Ich bin schnell fertig. Ich weiß, wo alle Kisten jetzt hier sind. Das, wenn ich nicht da. Dann, dann, da... Dann, dann, da... Dann, dann, da... Da... Nicht, ich leg die auch nicht. Aber... Nee, es geht nicht auch noch gut. Ich hab auch nicht. Aber da hab ich nur aus, wenn ich mach nicht. Ähm, hier. Ähm. Ich hab mit. Ungewehr. Ich hab mit. 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 Schade. Okay, Nesson. So, jetzt war eine Solo-Runde. Aber wir sozusagen mussten jetzt auch ausmachen. Und jetzt nochmal eine Solo-Runde. Also für Squad war das jetzt nicht. Es waren viel zu viel. Naja. So. 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 EQ sind eigentlich die Tal. Ich kann jetzt das andere So... Jetzt alles gut up Ja mal ab so genauer schauen halt da sein ok wir sind zur nächsten Runde alles gleich ich habe gerade eine Bar gefunden hier war eine Hitbox auf der Insel wo ich ja eigentlich im Bus drin bin aber diesmal ruhig haben wir mein Glück hier vorne bei dem Haus und ich habe etwas besseres Haus als vorhin also vorhin hatten wir schon gute Wut aber ganz schlecht nicht so gute Gegner da nicht so gute Gegner da so 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 er kennt sich einfach an der Bade wäre einfach so eine Küste mit einer Waffe so 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 okay minecraft minecraft or w w